Herzlich Willkommen zurück zu Fallout London. Die letzte Folge ist bei mir ein paar Tage her. Oder ne, ein Tag her. Sorry, war gestern. Brauchte wirklich ein paar Minuten Zeit. Und, ähm, ja, wir gucken jetzt mal, wie wir da reinkommen. Mit wem wir da reden müssen. Moin Jungs. Da rein. Okay. Das war einfacher als gedacht, bin ich ehrlich. Muss da ein offenes stromkabel liegen, wollte ich nicht sagen. Ähm. Ähm. Ich würde mich sehr glücklich sagen, dass ich alles darüber erzähle, für die sehr modeste Summe von einem einzigen Ticket. Es ist ein Wagen, wenn du mich fragst. Ah, du wißt du was? Ich werde dir ein Wagen, weil ich deinen Stylen mag. Aber, äh, nicht nachher und erzähl jemandem, okay? Das wäre schlecht für Geschäft. Okay. Okay. Ich bin in Kontakt mit der Menschheit. Geh doch. Hier sieht es wirklich ein bisschen anders aus. Okay. 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 Wir sind jetzt hier. Okay. als es war, bevor die Bomben fallen. Except für die Blast-Gate, das ist. Back in der Zeit, Admiralty Arch war ein wichtiges Rolle auf ceremonial occasions, mit Processionen wie Royal Weddings, Funerals, Coronations, und all das sort of thing. Now, die nur Processionen, die stattfinden, sind either Food oder nur Refugee, versuchen, alles zu entfernen. Es ist ein glorified Backdoor in Westy, um, West-Minster. Es ist wirklich sad. Anyways, follow along. The next one is just up here. I do hope Father is proud of me. Okay. People have a negative attitude. That's what's stopping them. Oh, da sehe ich jemanden. Ich hab die Bühne. Ich hab die Bühne. Oh, der Großvaterin von York hat 10,000 Menschen. Er hat sie nach der Bühne und sie wieder nach unten. Der Großvaterin von York. Der Großvaterin von York. Der Großvaterin von der Kinder in der Runde Aber wenn du auf die Städte wo der Kolum ist, und wenn du auf die Plaza all the way durch, wirst du in der Runde wo Piccadilly Circus mit der Eris-Statue ist. Before du dich entschuldigst, Piccadilly Circus hat keine Tiere. Es ist kein typischer Circus. Es ist ein Circus weil es Circular. Es ist bekannt für seine große Angelegenheiten, verschiedene Displays und die Eris-Statue in der Mitte. Piccadilly Circus hat eine VARIETETE von Cinemas, Theatern, Shoppen und Restaurants, including die traditionelle Englisch pubs. Alles, was du brauchst und mehr. Und von da ist der Großvaterin. Die Bühne ist nicht so glamourisch, aber hey, die Bühne hat zu gehen, richtig? Genau, der nächste Stopp ist nur auf der Straße. Komm schon! Ich habe hier im Ritzungsteil nicht an. Doch, habe ich. Okay. Oh, das ist doch nochmal eine Menge. Und natürlich gucken wir uns hier oben. Science Museum. Okay. High Park. Jetzt ein bisschen was. Schau. Hier sind die Schau. Hier sind die Schrauben. Schau. Das ist die Parade von Schrauben. Das ist eine von Schrauben der Farad von Schrauben. die Farbe, die von dem Monarch zu erinnern hat. Huh! Lucky Cow hat zwei von ihnen bekommen! IMAGINE! Double the presents! Jetzt, wenn du auf die Straße gehst, auf der Seite hier und dann nach Downing Street findest du die Regierung in Nummer 10. Es ist immer noch das gleiche Sesspool. Es gibt viel zu sagen, aber nichts passiert. Faktor non verba, stimmt's? Okay, sorry, wenn ich mich ein bisschen pointe, aber es ist ziemlich ein Weg, und ich habe kleine Legen. Aber ja, wenn du auf die Straße gehst und dann nach Great George Street auf der Seite, das ist wo Westminster Paläste ist. Das ist wo alle die wichtigsten Entscheidungen sind, aber die Gäste haben nie jemanden in. Ich glaube es ist gut für sagen, aber nicht mehr. Die letzte kommt, Tally Ho! Willkommen, Willkommen! Oh, der große Duke von York. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das hat ihr schon. Dann kann ich schon. Ich kann schon. Ah! Da unten ist das größte Geheimnis von London. Buchingham Palace. God save the Queen. Ist sie in? Ist sie dead? Niemand weiß! Nicht versuchen auf die Tür, die Royal Guards nicht. Und nicht auf die Fenster. Aber ja, nach dem links ist Green Park, wo die meisten von unseren Kropfen kommen. Und dann Marble Arch. Und dann Hyde Park. Hyde Park ist, wo die Gendtriege befindet, wenn sie sich schützt, um ihre Handeln zu spüren. Es gibt ein bisschen lustig, Camelot-Jousting-event. Und das habe ich alles, Herr. Es ist völlig optional, aber wenn du mir einen Tipp wünschst, bitte. Woh, danke dir so viel. Du hast mein ganzes Jahr gemacht. Gott, was wollte der Lappen jetzt von mir? Gut. Gut. Ähm. Ja, gehen wir erstmal hier hoch, ne? Und das ist dieses, ähm, Wrack, wo die Alienwaffe sein soll. Hier ist der St. James Palace. Okay. Was für euch der Eingang? Kann ich noch mit Dingen interagieren? Ja. Ah, die Klappe. Ah, die Klappe. Oh, don't act like you don't know. There's two types of people in Westminster. Those who were born here, and those that weren't. You are the latter. And it shows. Too much pride, that's your problem. If you don't want my help, scram. Okay. Okay, ich glaube wir müssen da runter. Aber. Please maintain order and carry on. Questions will be answered at a much later time and date. There will be a press release for all gentry. You ain't one of them rich toffs, are you? Look, I don't know much. But I'm happy to help out anyone with two ungilded brain cells to rub together. Feel free to have a gander. Never heard that name before. Officially no one's been blamed. But I'm sure some powdered wigs gonna point a finger somewhere eventually. Oddly enough, not a soul on the train. When it cracked through the concrete a few gentry caught the express to the pearly gates though. Name a reason. This train came from Islington. Do you know the last time a train came from there? I don't. It's been decades since something ran that track. Which is why it was all cracked and busted. The train hit an upturned tide and launched itself topside. Then boom! The whole thing exploded into a fiery mess behind me. Okay. The gentry. The century, if we're lucky. You could wrap the world in the gentry's red tape. You'd think they would need this railway. Well, they do. And they don't. Since it's inside their walls, they'll fix it. Even if it's just to avoid the eyesore. But they don't need it. That track was abandoned. And this look's got a folly working train line right beneath Westminster. Even you could probably catch a ride. Okay. Die gibt's nicht zu mich zu entdecken. You're too small. You're too small. You're too small. I don't know what the hell is it. Farmshane. Let's not. Ah... Westminster... regent street ich kenne mich halt in london immer noch nicht aus da muss ich wirklich dazu sagen so da vorne ist der piccadilly circus ich würde einmal hier doch jetzt erstmal erkunden wir wollen zwar hauptquests machen aber wenn wir jetzt hier schon ein neues gebiet haben müssen uns das natürlich auch mal angucken keine frage hier geht es nicht rein aber da vorne ist die statue hier geht die performance und was runter ich glaube wir können besonders verkaufen hat ein kleines bisschen geld da kann ein bisschen was los werden wir können ruhig ein bisschen mehr verkaufen kaufen wir gleich im handel dafür irgendwie blood pack oder sowas gucken haben wir echt keine drogen oder kauft hier einfach keine hier scheint keine zu kaufen war ok ja dann würde ich jetzt was können wir mitnehmen ja wir nehmen ein blood pack mit und dann muss er passen ok so was ist das hier nicht betretbar das ist es das hier nicht betretbar das ist natürlich schade ok dann gehen wir weiter in den norden das sieht nach einem absturz aus ok ich hoffe jetzt einfach mal dass wir nicht noch einen crash haben ich hatte leider beim restart noch einen crash also na wir gucken mal ich muss sonst mal gucken nicht dass irgendwie der rampf ne rampf vorläuft also meiner nicht aber vielleicht der reservierte rampf vorläuft oder sonst schwachsinn das hier nicht nicht die 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 Okay. Auch hier wieder im normalen Fallout Spiel, in Fallout 3 oder so, wäre jetzt hier irgendwie ein NPC. Also ich finde einfach, so cool ich manche Sachen auch finde und auch die Story und auch die Welt, dass es mal was anderes ist und so. Es ist halt doch so, dass das Spiel definitiv nicht perfekt ist und viele Sachen hat, wo man irgendwie merkt, okay das ist immer noch ein Fanprojekt und ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss ja nicht perfekt sein. Huch! Ach die kommen mal rein. Okay. Okay. Nussken oder Nussken? Nussken? Das war's für heute. Was ist er dir? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, wo finde ich die Krankenschwester? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und die haben im Keller die Ersatzhaut. Und wir wollen jetzt wissen, was da unten ist. Das Directors Terminal. Moment. Das requires ein Terminal, um unlocked zu werden. Das Terminal. Okay. Okay, Kira hat sich hier schon eingelebt. I see. Na dann. Aber warte mal. Dann werden doch jetzt bestimmt die Wachen böse. Ich glaube das war die falsche ID-Card. Warte. Ich glaube der Keller. Hä? Okay. Oh, backt das jetzt wieder rum. Also irgendwie wirkt das wieder wie ein Bug. Hinten die Restricted Section of Newskin. Ja, das ist Jön da. Wie heißt es mal jemand? ja dann schieben wir uns hier fix durch weil was soll ich anders machen moment warum funktioniert ach so weiß warum darf den nicht angucken glaube ich okay wir probieren mal was anderes jetzt immer noch Ähm, was machst du hier unten? Er hat nie einen Mann gesehen, oder einen erwachsenen Sohn? Er hat nie einen Mann gesehen, oder? 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 Da brauche ich einen Schlüssel für. Ach, das wird der Ausgang unten am Fahrstil sein. Guck mal, welcher Arm fehlt mir noch. Die NHS verabschiedet hat diesen Ort. Ein Veränderung des Gesundheitssystems. Bitte bleiben Sie ruhig, wenn Sie verabschieden sind. Nope. Yep. 16 Jahre alt, 17 Jahre alt, wieder ein Name, ach da, Baroness Brenda Beaumont, Humphrey Puddleford, 17, Minnescent Brunella, Getruder Mucklestone, mit 16, was ist dieser Irr, Renara's bad behavior which started to compromise the donor's tissue has resulted in, ah, mit 14. Ja, die missbrauchen hier Kinder, um damit dann die Haut und wahrscheinlich auch Organe zu entnehmen. Noch schlimmer, Babys. Also klar, man muss ja anfangen, ne, irgendwo, die Frage ist, wo kriegen die die her, entführen die die, oder, ja, wenn eine Einheit, ähm, tot ist, ne, wird oben wieder aufgefüllt. Ne, hier sind sie dann schon ein bisschen älter. Noch älter. Noch älter. Der Junge ist weg. Ah ja, hier, 15 bis 18. Das sind ja die Letzten. Was soll ich hier jetzt schon davon erzählen? Okay, ne, kann ich nicht, okay. Also, Subjekt ist Primer, genau. Also, da ist mir echt zuviel Text. Vor allem kann ich mir denken, was da so drin steht. So, was hast du gefunden? Also... Oh, oh my, that's shocking. I'm sorry. I, I have no mouth, but I feel the urge to retch. Why would she do this? Ähm, weißt du's nicht? Of course not. Of course not. I was programmed with the Hippocratic Oath. I cannot physically inflict harm upon humans. Unfortunately, that means I also cannot harm Miss Craig. What will you do? Very well. Whatever you do. Just know I can't help you fight her. But I certainly don't want to fight against you. Thank you for telling me. Good luck and... I'm sorry. I really am. Okay, gehen wir mal mit Miss Craig reden. Meine geliebten Schrotflinter. Why, hello there, dearie. How may I help you on this fine day? Ja, also... Ich hab die unteren Level gesehen. Ah, I'll presume that the fact you haven't attacked me yet means you are willing to listen to reason. It is true. New skin relies on a vibrant stock of extraordinary tissue. But our process is truly cruelty free. Ähm... Also, wenn du das dringst, bist du verrückt. You labor under the assumption that I am a human. I am not. Thusly, I do not believe in anything. I simply follow my programming. You labor under the assumption that I am a... Do you really think anyone will believe you? Furthermore, do you think anyone wants to listen to you? That's a good argument. We let bygones be bygones, and I offer you a new skin goodie bag, free of charge. You walk away and never come back, whilst I remain gainfully employed. How does that sound, dearie? Nimmig scheiße. Responding with extreme prejudice. You allí nimmig in general. I will not remain gainful.' You stick in it... I know why, it is. There lot is... You to use damage in a super heavyленд. You always ability to respond to non-compete end霊�. Aua! Ründet aber auch für die ganze Wude an. Aua! 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 Mann! Oh Gott! Ich glaub, das dauert ein bisschen. Habe ich Minen? Äh, oder Granaten? Oh Gott! Habe ich mich selber fast gekillt. Das war jetzt nicht so gut. Und noch mehr zum Werfen? Na gut, das will ich nicht rauswerfen, aber vielleicht die Molotovs, die kann man werfen. Wenn du was mir grad Sorgen macht, die Dinger werden nicht als... ...gekilled angezeigt. ...schlar. Do not be alarmed. Law and Order will be restored shortly. Untertitelung des ZDF, 2020 ok davon habe ich jetzt speak to caspian caspian border wo ist denn der ist denn noch eine höher glaubt der war 14 oder so ne ne doch noch ja ich habe da ein bisschen was zusammen gekloppt also nein sorry was prisoners what are you talking about um no 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 it can't be true ok i'll tell everyone to gather up their things and we'll go out there with you thank you for helping us i didn't even know we were in danger but you did you are a good person at least i hope you are das lässt sich ja so leute mit wem muss ich reden so 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 fuck that The University is a keeper of knowledge that would otherwise be lost to time, and naturally we must ensure that this knowledge is kept safe. We've discovered a mysterious code that has been appearing on several of our terminals. We suspect it may be the work of a rogue agent, and we need your help to decode it. Will you help us? The code has been cycling through our terminal network, but it only executed on the security terminal, which is now completely locked off. If you can locate it again, perhaps you can figure out what it changed the security terminals password to. Good luck. Okay. Was zur Hölle ist das für eine Tür? Okay, gucken wir mal. In this world of ruin and disarray, when chaos reigns and skies turn grey, gone are the days of order sway, what word fits this grim display? In London's heart a city demise, a single term that underlies, the end of days in this grand – what word shall now arise? What word shall now arise? Moment. Was? In Londons Herzen, in eine Stadt in der, in der Demise, also so, in, ne, da geht's nicht gut, ein einzelne, ein einzelnes Wort unterliegt dem – das Ende aller Tage in dieser, ne, das ist die Apokalypse, oder? Okay, correct. Ja? Also. Und jetzt? Ah, hier. Okay. In London lanes, they both reside. One keeps order, the other to ride. A network unseen tunnels wide. What term reflects where both reside? One patrol streets, the last command. The other below journeys planned. A name for both, hand in hand. What word unites this unique brand? Politician? Ich weiß grad nicht mehr, was Metropolitaner sind. Warte mal. Also, ja, da hab ich jetzt höchstens Probleme. Weil ich einfach nicht weiß, was es heißt. Also, im Englischen. Da bin ich aber auch jetzt nicht so... Politician. Okay, incorrect. Oh, jetzt muss ich... Muss ich das knacken. Ja, mach mal. Ich. Das hier können wir dann... Okay, das gucken wir uns beim nächsten Mal weiter an. Na, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal und hacken hier ein bisschen uns durch. Ciao. 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 Vielen Dank.